Hallo und herzlich willkommen von einer fantastischen Folge Krams, dem Format wo ich Crappy Games spiele. Ich hoffe euch wird die Folge gefallen, vergesst keine Bewertung und ein Abo dazulassen. Los mein Panzer 6B Königstiger. Auf zur Front. Es gibt auch keine Tutorials. Angriff. Zerstört. Zerstört. Sind wir nicht gute Kriege. die russen kommen die russen die russen gleich haben wir es wir bekommen aber auch kein Damage los an die Fronten wir brauchen kein Tutorial, wir können das auch so wir sollen Munitionstransporter anfordern fangen wir mal in den Norden für den anderen Panzern die cardern ja auch zu uns da dahin los meine Gruppe holt euch die Soldaten wir müssen das Rollstation starten lager erobern nicht mein panzer 4 reparatur einheit komm mal mit uns Da haben wir noch keinen Korrektor rein. Uh, jetzt haben wir noch Flugzeuge. Um Luftabwehr holte ich die Gegner. Um Luftabwehr holte ich die Gegner. Angreif. Unser Königstiger hat auch keine Lust zu kämpfen. Ich bittet noch den T26. Damit diese Schlager auch erobert. Wir haben es geschafft. Das wars auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen und dass ihr wieder beim nächsten Mal einschaut. Ciao. Ciao.